Ja, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play! Mittelfink 1942. Äh, wir haben jetzt die Map Quadal Kanal. Also ich kann nicht Quadal wie wir, aber nicht den Quadal Kanal. Japanische Gruppen haben sich rund um den Flugplatz auf Quadal Kanal eingegraben und sind bereit, ihn bis zum Ende zu verteidigen. Dieser wichtige Luftbeschützpunkt erlaubt ist, den kaiserlichen Streitkräften ihre Reichweite hinaus zu vergrößern und selbst zu fernen Ziele wie Neuseeland und Australien zu betrunken. Den Verteidigern ist ihre Situation bewusst und sie werden lieber ehrenvoll sterben, als auch nur einen kleinen Teil der Insel aufzugeben. Nach dem Quadal Kanal bewegen sich die japanische Flotte auf die US-Flotte zu, deren Landungsflotte sich auf den Sturm der Insel vorbereiten. Wegen einer strategisch bedeutenden Lage ist eine feindliche Eroberung unter allen Ländern zu verhindern. Das muss ich mir nochmal gerade hier alles machen, was ich jetzt gelesen habe. Mein Herz ist nicht so will ich wieder. So. Auf geht's! Ich finde es immer noch total scheiße, dass die keine Hand kann. Und dann haben die Ingenieure. Ja, Mann! Ich hab ne dicke Waffe! Ich hab ne dicke Waffe! Nein, warte, ich lauf voll in die falsche Richtung. This is the wrong... The wrong Richtung. So, wo ist denn der Punkt? Und ich seh ihn nämlich nicht. Ist ja noch Platz. Ne. Soll ich's machen? Nein, ich mach's nicht. Auch wenn ich den Platz total gerne hätte. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Ich find's auch irgendwie witzig, dass die diese Sprengsitze haben. Aber trotzdem, statt den Minen könnten die ruhig Granaten haben. Und ich mag die Waffe nur total gerne. Ich weiß nicht, bei den Deutschen ist die nicht so gut, die Waffe. Das ist ein einfacher Shotgun. Wo du einmal schießt und dann musst du sofort nachladen. Hier kannst du... Bis zu zehnmal, bis du nachladen musst. Das ist schon cool. Ich bin zu weit gefahren. Hier zur Demonstration, weil hier immer was zum Aufladen. Hier bei den Deutschen musst du so machen. Und dann einmal nachladen. Und wieder einmal nachladen. Und wieder einmal nachladen. Bei den Japanern... Bam, 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 bam. Bis halt fertig ist, dann lädt er kurz nach. Und dann geht's wieder bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ob die die gleiche Durchlagskraft haben. Jo. Ähm, okay. Ich glaub, wir werden gewinnen. Nein, ich wollte noch mit einsteigen, sonst hätte ich den noch niemals getötet. Ach, mein Arschloch. Alter, lass dich treffen. Gefällig. Na, man. Ich hab mir jetzt guten Sniper gebraucht. Na fuck, wir müssen rechts irgendwie über die Berge. Ah, warte. Ich laute mal nach, dass ich ein volles Magazin hab. Ja, ich weiß, wegen mir einen Schuss nachzuladen ist ein bisschen... Blöd, aber ich mach's. Nein! Nein! Gut. Ähm, dann gehen wir mal hier auf den Berg. Ich bin der König der Welt, ihr Pfeifen! Hm, so. Und gehen dann zum Stützpunkt, der da oben ist. Ami sind scheiße! Durch seine Kehlen. Alter. Alter. Lol! Hä? Arschloch! Arschloch! Arschloch, okay, ey. Boah! Warte, ich will mitfahren, du Arschloch! Arschloch! Lol! Lol, bitte beeile dich! Die dürfen den Stützpunkt nicht erobern! Bitte beeile dich! Los, komm! Machina! Zwei... Eins... Zack! So, ich werd mich mal ein bisschen um den Stützpunkt kummern. Alter, wie schnell schießen die bitte! Das sind doch rechte Vollmongos! Ach, weißt du was? Oh, mein schönes Maschinengewehr. Fünf... Vier... Boah, wie langsam denn noch? Drei, zwei, eins. Zack. Oh, stimmt, der hat mir ja so wunderschön. Ich würd da lieber weggehen. Oh, wir haben ne Fahne wieder zurück zu erobern. Ach mein, hier bräuchte man nen Sniper. Ist hier irgendjemand nen Sniper? Ich hätt' gern... Ich hätt' gern... So nen Sniper? Nein, natürlich nicht. Ist auch keine... Lol. Okay, jetzt kann man nen Sniper auswählen. Das ist gar nicht so schlecht. Sniper, zack und bam. Ach, Ficken! Deine Mama, Ficken! Ach, Ficken! Ach, Ficken! Ich habe dich gesehen! Okay. Nein! Der war total schlecht erschissen. So, perfekt. Ähm, ich lad mal ganz kurz nach. Dann können wir hier so wunderbar ein paar Magazine nach... Wäääh! Wääh! Wääh! Ich versuch's! Nee, ne kleine Granate. Nehm's nicht persönlich. Nein! Ach, Ficken! Na komm schon. Mein Ziel ist es, mir da mal nachzuladen. Ich hab's mal vorher schon getroffen, weil man braucht genau zwei. Oh, oder auch nur einen manchmal. Yay! Nach diesem großen Sieg wird das Hauptquartier nicht länger zögern und seine Pläne zur Eroberung Australiens bald in die Tat umsetzen. Durch die konsequente Versenkung der feindlichen Schiffe hat die kaiserliche Flotte Japans ihren Anspruch auf dieses Gebiet erfolgreich behauptet. Dem Feind ist heute durch unsere heldenmütigen Soldaten und unsere überlegene Feuerkraft zur See eine bittere Lektion erteilt worden. So hell ist das bitte. So Granate und dieなる Wurzeln.